Flashy, versuch mal ins Ghost Hotel vorzudringen. Nein, ich versuch einfach nur ne Waffe zu bekommen und irgendwie länger als 5 Minuten. Oh! 3, 2, 1... Good luck! Oh mein Gott. Fuck. Alter, jetzt rennt ja der Berg so langsam hoch. Ich hau unter. Jetzt ist hier keine Waffe. Doch, da ist eine. Ich kann irgendwie kacken da jetzt nicht mehr. Nice, raten wir, was ich wieder hab, Alter. Keine Ahnung, ich wurde auf jeden Fall angeschossen. Ich bin in ein Haus rein, da waren zwei andere auch noch drin. Oh, ich hab ne PDW 2000. Und diesmal hab ich's ja voll automatisch gestellt. Wo bist denn du? Ich bin ziemlich weit oft, also ich bin oben Richtung Wald eher, da wo wir uns getäufen haben das erste Mal. Äh, keine Ahnung, ich bin irgendwo. Ich hab's gerade wenigstens mal ne Waffe. Wir sind Team, okay? 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 Erst der Hausweg rein geht direkt PDW, Alter. Du bist ein Glück, Alter. Epic. Und ich hab ne ACP. Hallo? Hallo? Kann man das so auch, wo man hin muss? Einer ist erst tot, what the fuck? Hallo, hallo, don't shoot, don't shoot. Ich hab's hier schon wieder abgeht. Mhm. WTF? Ich hab irgendwie meine Waffe in die linke Hand genommen, wie geht das? Ich werde das wieder wegmachen. Keine Ahnung. Was ist denn das jetzt passiert? Ich werde überall geschossen, ich hab meine scheiß Waffe in der linken Hand, Alter. Ja, ich hab's hier. Hm. Scheiße, ich find, wird er nur ne ACP? Zwei haben wir die gleiche Waffe gefunden. Können die eigentlich mal ihr Fresse erhalten? Wow, jemand hat in mein Haus ne Hand genommen und hat hier rein geworfen. Ich hab keine fucking Ammunition, Alter. Ich hab keine fucking Ammunition. Und schon wieder die gleiche Waffe. Woher weiß ich, wo ich noch im Gebiet bin? Äh, indem du jetzt einfach mal STRG, rechts und M drückst. Und wenn du im blauen Kreis bist, ist alles cool. Ja, aber das Gebiet ist noch so groß, dass jetzt im Moment ist noch jeder drin. Wie gehst du vor, Flashy? Keine Ahnung. Ich bin jetzt ziemlich in der Mitte, das könnte gut enden. Ich bin einfach nur in so einem Haus im kleinen Raum und zieh auf die Tür. Bist du ein Affe, Alter? Ja, was machst denn du? Ich hör die ganze Zeit irgendwen reden. Ja, ich auch. Ja, ich habe das Fenster, aber ich kann nicht ihn sehen. Also, ich find's nicht. Was? Was? Es ist wahrscheinlich mir, Views. Du bist nicht in der Mitte. 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 Du bist unter uns. Gott, ich erschütte. Oh mein Gott. Ja, was? Mal. Du hast, Alter. Du hast die Drohren weg. Ja, die M했던zen sind nicht so laut, sonst hört ihr uns noch. Mhm. Ich hab nen Minendetektor. Ja, du, du. Kuant. Bär, ich sie wissen jetzt noch im Spiel, oder. Mhm. Du weißt nur jetzt. Alter! Hier schießt jemand direkt vor meiner Tür. Ja, bei mir auch. Wir sollten zusammenarbeiten Bist du in so einem Haus in der rechten Hälfte oder In der linken Hälfte oder in der rechten, wenn man davor steht Okay, da bin ich auch, also kann das nicht das Haus sein Also was ist denn, Joris? Irgendwas Angst Fläschi Ich hab so hier Angst Ich hab auch so in der nähe Sicht Das warst doch du gerade geschossen, oder? Ja, ich hab gerade geschossen Du musst ganz in meiner Nähe sein, ey Hier bin ich Was? Ich werd beschossen Ich werd beschossen Das war ich, das war ich Okay, ich komm rein, ich komm rein Ja okay Ja Hi Geil Habe ich dir geruscht? Ja Gut, aber das ist schlecht 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 Ich hab's gesehen, weil irgendwie in der Wand neben mir die ganzen Schüsse eingeschlagen sind Das ist ultra schwer, Alter Das ist halt auch wirklich Puh Ich sag ja, du bist eine Nähe von mir Was da? Ja, vorhin ist hier schon mal eine Handgranate reingeschlagen Echt Echt Was machst du? Wollen wir nicht zusammen bleiben? Doch doch, aber ich, 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 ich bin weg hier Ich hab Angst Ja, dann lauf Ich bin mal zu lang rum hier Dann bleib mal Wie kann man sich ducken? Ich seh nichts mehr Bin ich gedruckt? Okay Wir gehen da rein, okay? Aha Zauber Warte mal Was warten? Bleib mal stehen Okay, ich hab Schritte gehört nämlich Ja, das würde ich gewissens sein Vermutlich Ich bräuchte mal ein Medipack Ja, ich hab auch keins Du läufst gerade, oder? Ja Ach, hier war ich schon drin, glaube ich Ich hab doch eine ACP Ja, ich weiß Brauchst du die? Ah ah Dann beschützt mal die Tür, ich hol's hin, ne? Mhm Warte, ich muss nachladen Jetzt Weil ich auf dich irgendwie doch ein bisschen Kugeln verballert Ah, shit, Moment Vielleicht kommt hier gleich einer reincrush Der hat da aber aber jetzt kein Magazin dabei Schau bitte jetzt die Tür, älter Zumindest einer sollte zur Tür schauen Das Gebiet ist halt noch unendlich groß Ja, stimmt Ja, wir sind zu zweit, das ist gut Warte mal Wir sind generell Wir sind generell ziemlich in der Mitte Das könnte gut sein, da muss man uns vielleicht nicht zu viel bewegen Mhm Häuser-Kampf, ey, vom Vereinsten Ne, ich pack das nicht Ich hab ja dich gerade schon kaum getroffen, ey Hab ich gemerkt Hab ich dich getroffen? Gar nicht, gell? Nein Okay, ich musste mich auch umdrehen und musste erst mal schauen, wo du überhaupt bist Ja Läufst du? Ja Ne, warte mal da draußen, da ist nix Ich bin nämlich schuld, ey Wenn du Mund halt zuschaust, ne Der rotzt da einfach immer rein und keine Ahnung irgendwie Ja Mhm, und trifft alles Ich hab mich umgezogen Ich hab mich umgezogen Wir warten jetzt erstmal hier Mhm Ich schau mal Wie jeder andere auch Wie jeder andere auch, ne Wahrscheinlich Bist du Fair Person? Ne Ah doch Du? Eigentlich nicht, ne First Person Ich hab noch sechs, das heißt wir müssen noch vier töten Jetzt warte mal ab Die töten sich schon alle gegenseitig Ja, das stimmt Immer wenig wie nicht Zwei von vorhin waren bestimmt auch Teammates und die haben nicht gerafft, das ist die einzigen worden Äh, die haben's nicht gerafft, dass sie ingame reden Wohl eher Alter, das Gebiet ist echt riesengroß noch Ja Vor allem in zwei Minuten, ey Schau mal nach, sieht man doch schon dann, wie klein das werden wird Ne Wir sind noch locker drinnen The Forest heute noch? Gute Frage Du hast jetzt noch nicht Das ist nämlich einfach nur mega genial hier Ne, ich frag nur Ja Keine Ahnung Was mit Felix Läufst du? Ne Hörst du die Schüssel? Der ist jetzt saufen gegangen Der ist jetzt saufen gegangen Was zum Fenster da ist? Ja Du hast ja alles niedergeholzt haben, ne Ich seh aber draußen niemanden, du Irgendwas Au, ich seh's da außen vor der Tür, komm mal raus Was siehst du da? Das blaue? Ja, ja Mhm Oh, ich war beschadig Auf dich Ich hab ein Risiko an Ich muss mein Licht mal ausmachen Ach scheiße, bei mir ist auch zu hell ey Von wo denn? Von der Tür? Na? Gute Frage, ich weiß es nicht Scheiße, scheiße Auf jeden Fall wissen's wo wir es sind Weil das Bild nicht so extrem dunkel wär Hm, klar Ok, wenn man jetzt halt außerhalb ist, ich krieg noch was abgezogen, glaub ich Ich seh'n Spieler markiert vor uns Auf der Karte Echt? Ja, schon mal auf die Karte Ja, da seh' ich nur dich und mich Das heißt, bei mir ist vor uns am Haus links einer Echt? Ja Bewegt dich mal Wow Auf dich? Ne, sind zwei verschiedene Rechts, oder? Ja, da unten irgendwo Ja, jetzt haben wir aber ein Problem, weil wenn das nochmal abgedatet wird, dann muss man wahrscheinlich raus Und zwar schnell Warte mal Da sind so viele Bäume, da seh' ich nix Auf jeden Fall ist es rechts von uns Von... ja, ok Also wenn du rausschaust aus dem Balkon rechts Ja Also wenn ich die Tür rausschaue, links Was? Da war der Gruppenkanal ankauft Gott Achja, da draußen jetzt seh' ich auch Mann Was? Draußen steht jetzt halt irgendwas auf der Karte mit Mann Bei mir jetzt nicht mehr, guck mal schon Ich seh' jetzt aber auch keine Kugeln mehr fliegen Würde noch dunkler, kann das sein Flashy, geh mal zur Tür Ich muss das Licht ausbauen Mhm Ok, ich bin wieder wach Warte, töten sich schon gegenseitig Ja, wir sind die letzten zwei Verpiss dich! Arschloch, Alter Wo bist du hin? Wo bist du hin? Was? Wie hast du das gemacht? Hab ich dich gedrehten? Yes! Ich bin tot BAM Keiner, ich bin an die vorbeigelaufen Und bin draußen gewesen Ja, das weiß ich Und dann hab ich dich nur ganz kurz zur Tür gesehen Und ich war sofort tot Tja Ich hab halt geschossen Und dann bin ich um die Ecke rum Weißt du, was bei mir schon wieder war? Weißt du, was bei mir schon wieder war? Bei mir war schon wieder Einzelfeuer drin Sonst wärst du tot gewesen Ja, sonst wär ich tot gewesen! Genau! Oh, chill, Captain Ja, ja, ja Geile Runde, Mann Hallo, hallo, hallo Nice, okay Geht schon wieder weiter Geht schon wieder weiter Oh mein Gott Die Runde werde sterben Mhm Und zwar sofort Mhm Same hier Ey, so viele Leute und... Ah, da ist wieder einer Und der hat auch keine Waffe Oh mein Gott Da laufen laute Leute vor mir, die alle keine Waffen haben Ein Glück hab ich eine, ey WTF, hier ist nichts, Alter Boah, Alter, am Blick zu Was ist... Ja, warte, fuck, hier liegen nirgendwo Waffen rum Ich wurde geschossen, aber mich hat niemand erwischt Verdammt, Alter Ey, weiß ich wie viele Häuser nicht schon war Ach Gott, da rief Eine Granate auf mich Auf einer auf jeden Fall Ey, ich find keine Waffe ums Verrücken, Alter Oh, fuck Liegt einer und zieht direkt auf den Eingang von meiner Hütte Und ich hab keine Waffe Verdammt, was mach ich denn jetzt Keine Ahnung Der killt mich Vielleicht trifft er mich auch nicht Ich muss es probieren Der hat mich wirklich nicht getroffen Nice Er hat aber nicht geschossen, oder? Keine Ahnung Oh, fuck Hier ist überall Rauch, Alter Wenn du einen Arm-Nub ohne Waffe siehst, schießt wieder nicht gleich Ich bin auch total behindert gespawnt, Alter Oh, endlich eine Pistole Alter, scheiße, ich treffe den Nerd Alter, scheiße, ich treffe den Nerd Ich bin ganz unten links und so eins von den letzten Horstern auf der Karte überhaupt Ich bin ganz unten links und so eins von den letzten Horstern auf der Karte überhaupt Ich bin ganz unten links und so ein Megalecks manchmal Ich auch grad Ich bin ganz unten 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 Nun besorgt dir eine Hm Bin dabei Ich bin ganz unten Doch Ich bin ganz unten Ich bin ganz unten Ich bin ganz am Rand, Alter. Ja, ich auch. Wenn ich ein Haus rein, dann habe ich Angst, Alter. Ich auch. Alter, das hat sich fast ganz schön nah angehört. Ja, bei mir auch. Bist du das? Nein, nein, nein. Bist du tot? Ich bin nicht tot. Nicht? Du hast den getötet. Ah, ich treff diesen Zigeuner. Ey, jetzt bin ich tot. Treff den einfach nicht. Ey, das ist so assig mit Pistolen. Ich glaube, ich habe den nicht einmal erwischt, Alter. Ohne Scheiße. Fuck. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Warum? Ich würde dir raten, lieber gleich zu sterben. Weil wenn es nur noch zwei Leute sind und du findest den nicht, dann wirst du echt paranoid. Das kann gut passieren, Alter. Die machen hier Tiergeräusche, Alter. Mal bitte. Hm. Was geil, wie ich mit der Pistole überhaupt schießen soll, richtig? Und ein Treff, Alter. Wenn einer zwei Meter vor mir steht. Das ist es ja. Ich kann mal mit den Dingern auch null klar. Ich werde. Ja, ich werde. Ich zähne. Das ist ja. Ich lebe. Es ist so assig gerade am Anfang, ich war in 6 Häusern und habe keine Waffe gefunden, und außen drin überall Leute und ich so geschaut haben die Waffen, nein ok, oh fuck, dann schnell eine finden. Das ist ja die scheiße, vor allem die campen jetzt glaube ich gerade schon wieder alle und ich bin der einzige wo ich noch nicht rummarschiere. Es macht halt auch einfach irgendwie trotz alledem mega Laune. Wenn du tot bist, dann freust du dich schon wieder drauf, die ganzen Spacken ey. Scheiße, jetzt bin ich aus dem Haus rausgefallen. Fünf Stück sinds noch. Fünf Stück. Fünf Stück. Fünf Stück. Fünf Stück. Fünf Stück. noch ja den charakter den ich zuletzt hatte ich hab noch mein menschenfleisch halt aber ich bin noch drinnen oder ach so nein fuck ich bin die ganze in der falschen richtung unterwegs ja sogar noch meine dinge sogar noch meine schrotflinte meine arke 1 0 1 und in wem war ich da zuletzt hier unterwegs war mit dir andi ne? ach klar oder war das irgendwo? weiss auch noch mal in wem war ich genug essen und trinken? als letztes war ich mit dem flest und ingo unterwegs was? zuletzt war ich mit ingo und flashy unterwegs letzter neunstart kannst du bitte ruhig sein? na? naja das ist ganz lustig okay hmhm kicked aaaaaaah dadr du scheiße PING your map has been updated bin ich schon wieder nimmer drinnen fuck Du wirst dann was vorne Ach mann Ah der Server läuft scheiße, ich kann dir nix machen groß Ah wenn du weg bist, ist das bestimmt dein Charakter weg Nö nö Ah mein Typ, der stöhnt so Ja hoffentlich machen sie gleich noch mal nen Hotfix hinterher Ja vielleicht haben sie schon was aufgespielt auf den Servern Jetzt glaub ich kaum das Update kam ja heute erst Ja aber wie Flashy sagte, wenn das ne DOS-Apps hat, dann müssen sie das auf den Server aufspielen, nicht beim Spiel Ja ich hab jetzt grad wirklich keinen Kopf um über Dessert zu labern Ja ich hab jetzt grad wirklich keinen Kopf um über Dessert zu labern Na ja kannst du bitte rausgehen Flashy, dasselbe ist voll Ja Mhm, okay cool Ich hab schon wieder einen Plink von 500, ich glaub das kann man vergessen heute Ja ich hab schon wieder einen Ja mann Oder wieviel Leute sind denn hier drauf 30 Ich meine wieviel noch leben Ja so ist ich, bin ja nicht mehr drin Vielleicht Vorher waren es glaub 3 Kein Okay, hab einen ALTE Ich verstehe wie du überhaupt schaffst mit Pistolen jemanden zu kennen Kein Nessding Was ist denn das? Ähm Mg Also Mp Ah ok Alter, es leckt aber so. Ich hab 5 FPS Gönnt ihr bitte mal ne Grafikkarte, ey Ich glaub ich kauf mit demnächst echt mal ne 89er Jetzt gehts wieder! Das sind immer so ganz kurze Lacks Boah, ich bin so übel angeschlagen Und ich bin nicht mehr in dieser scheiß Zone drinnen Ich bin hier drinnen aber ich seh leider nicht Wie viele noch leben Ich und er Ja, jetzt seh ichs 2 Bitte sag mir das der Der Kreis umfasst ja nur noch dieses eine Gebäude Das kann nicht mal ein Gebäude Na ja, was ist denn das dann? Äh, ein Freibad oder irgendwie ein Park Das ist glaub ich verdammt unklug was ich mach Oh mein Gott, jetzt stimmen zu den Titanic Song an Echt? Ich weiss nicht wer das ist aber Ich weiss nicht wer das ist aber Der kann doch eigentlich nur noch hier drüben sein Vielleicht wird jetzt süßes Spiel wie das unnötig in die Länge Die Leute warten schon mal Ja ich Wenn der Typ hier nicht auftaucht und ich kann nicht mehr rennen Ich kann gar nix mehr Ich bin komplett am Arsch Du musst es meinen Typ mal hören HUAAAH Gatzt mich da hier voll die ganze Zeit Jetzt bin ich groß Ich wusste nicht wo der war, scheiße Kill him, kill him with your dick. Verst du den Busch? Hm. You go. Uder und ich, uder und ich. Okay, I'm gonna...